Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region. Mein Name ist Noemi Giergler und gemeinsam mit Larissa Anton begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden. Bei unserer heutigen Folge dreht sich alles um die weißen Frauen. Das sind Spukgestalten, die nicht nur bei uns in der Region zu finden sind, sondern tatsächlich überall auf der ganzen Welt. Aber gerade bei uns gibt es auch unheimlich viele Geschichten über sie und von daher wollten wir uns mal anschauen, wo es sie überall gibt und vor allem auch, wie man am besten mit ihnen umgeht. Die Schlingenwaldhexe Zwischen Oberflockenbach und Weinheim, unweit des Bergsattels Kalter Herrgott, hauste einst die Schlingenwaldhexe. Sie lebte dort mit ihren beiden Kindern, einem Mädchen und einem Knaben, bis eines Tages ein Mann zu ihr kam und sagte, ich heirate dich, wenn deine Kinder nicht mehr da sind. Nur allzu gerne hätte die Frau geheiratet und so begann sie, nach einer Möglichkeit zu suchen, sich ihrer Kinder zu entledigen. Eines Tages ging sie mit den beiden in den Wald, fertigte zwei Schlingen und er hängte die armen Geschöpfe an diesen. Als jedoch der Mann, der sie hatte heiraten wollen, davon erfuhr, wurde er von solcher Abscheu vor dem Weib und ihrer furchtbaren Tat erfasst, dass er sie von sich stieß. Wie genau ist nicht bekannt, aber die Frau konnte sich dem irdischen Richter entziehen. Jedoch traf sie die Strafe des Himmels umso härter. Denn als die Hexe starb, sollte sie keine Ruhe finden. Ich begrüße heute zu unserer Podcast-Folge ganz herzlich die Reisejournalistin Cornelia Loos, die gerade in ihrem neuen Buch Lost and Dark Places Odenwald auch auf die eine oder andere weiße Frau gestoßen ist. Frau Loos, was hat die Faszination für die weißen Frauen bei Ihnen ausgelöst? Mich interessiert, mich fasziniert einfach das Unbegreifliche, dieses Geheimnisvolle, was es da zwischen Himmel und Erde gibt, das man nicht begreift. Und was hat es mit den weißen Frauen auf sich? Es gibt ja unzählige Geschichten über weiße Frauen, gerade auch bei uns in der Gegend. Kann das Ganze auf einen Punkt gebracht werden? Gibt es beispielsweise einen Prototyp der weißen Frau? Also in den ganzen Sagen über die weiße Frau gilt sie so als das Urbild der weiblichen Toten, im Gegensatz zum Beispiel zum grauen Männchen. Sie tritt bevorzugt eigentlich in Gebäuden auf, wie Burgen oder Schlösser, aber in Einzelfällen auch in Wald und Flur. Da gibt es auch verschiedene Sagenbeispiele aus dem Odenwald. Zum Beispiel im Mossautal oder eben im Schlingenwald soll eine weiße Frau umgegangen sein. Im Volksglauben ist sie eine Frau, die entweder einen Frevel zu Lebzeiten begangen hat und deshalb im Tod keine Ruhe findet und ihre Schuld irgendwie büßen muss und erlöst werden muss. Aber es kann auch sein, dass sie eben für ein Unrecht, das an ihr begangen wurde, ruhelos umherschweift und entweder nach Rache sucht oder auch nach Erlösung. Gibt es einen Zeitpunkt, ab dem weiße Frauen gehäuft auftreten? Und damit meine ich jetzt wirklich nur die Geistererscheinungen. Es gibt ja auch noch weiße Frauen, die so in Richtung Elfenglauben und so weiter gehen. Aber heute befassen wir uns ja tatsächlich ausschließlich mit den Geistererscheinungen. Ist das Auftreten der weißen Frauen ab einem bestimmten Zeitpunkt fassbar? Und gibt es vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Urmutter der weißen Frauen? Als Urmutter der weißen Frau gilt Kunigunde von Ollermünde in Thüringen, die im 14. Jahrhundert lebte und mit Otto VI. von Weimar Ollermünde verheiratet war, der allerdings schon früh verstarb. Die beiden lebten auf der Plassenburg im oberfränkischen Kulmbach, also ist nordwestlich schon Beureuth. Nach seinem Tod fiel die Burg an die Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern. Nach dem Tod ihres Mannes soll sie sich der Sage nach in Albrecht den Schönen verliebt haben. Das war der Sohn des Nürnberger Burggrafen, der sie wiederum nur dann heiraten wollte, wenn nicht vier Augen im Wege stünden. Damit waren seine Eltern gemeint, die eine Eheschließung mit der verwitweten und sehr viel älteren Gräfin ablehnten. Kunigunde missverstand ihren Angebeteten aber und bezog die Nachricht auf ihre beiden Kinder und tötete sie. Daraufhin wollte Albrechts nicht mehr von ihr wissen. Kunigunde unternahm dann eine Pilgerfahrt nach Rom und erlangte vom Papst die Vergebung ihrer Sünde, mit der Auflage ein Kloster zu stiften und dort einzutreten. Der Sage nach rutschte sie zur Buße auf den Knien von der Plassenburg ins Tal von Berneck, gründete dort das Kloster Himmelkron und starb dann wenig später. Soviel zur Vorgeschichte. Ab wann trat die Kunigunde dann das erste Mal als weiße Frau auf? Als weiße Frau trat sie in der Plassenburg erstmals im 15. Jahrhundert in Erscheinung. Sie gilt als die weise Frau der Hohenzollern, weil sie immer wieder kommende Todesfälle und anderes Unglück verkündete. Im Berliner Stadtschloss wurde sie zwischen 1598 und 1940 immer wieder gesehen. Und im Bayreuther Schloss will sogar Napoleon sie 1812 gesehen haben. Ist es jetzt alles nur eine Geschichte oder gab es die Kunigunde wirklich? Und wenn ja, lässt sich diese tragische Erzählung irgendwie belegen? Kunigunde von Ollamünde, die gab es tatsächlich. Sie lebte von 1303 bis 1382, geistete aber nicht herum. Julius von Minutuli, Schriftsteller und Wissenschaftler, widerlegt die Sage 1850 in seiner Schrift »Die weiße Frau«, geschichtliche Prüfung der Sage und Beobachtung dieser Erscheinung seit dem Jahr 1486 bis auf die neue Zeit. Also das ist der Titel dieser Abhandlung. Tatsache ist, dass Kunigunde von Ollamünde nie Kinder hatte. Ein Kloster hat sie nach dem Tod ihres Mannes zwar gegründet, aber nicht Himmelskronen, sondern Himmelsdronen im heutigen Nürnberger Stadtteil Großgründlach. Sie starb dort als dessen Abtissin mit fast 80 Jahren. Also kann man letztlich sagen, dass der arme Kunigunde ziemlich Unrecht getan worden ist mit dieser ganzen Geschichte. Aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Es geht ja auch bei der Kunigunde, wenn sie wirklich als Urmutter der weißen Frauen zu sehen ist, um ein Motiv, das wir bei der Schlingwaldhexe genauso finden. Also die Tötung der Kinder, das Unrecht, das nicht wieder gut gemacht werden kann. Mit was für einer Art Geist haben wir es denn da zu tun? Larissa, kannst du uns da weiterhelfen? Ja, es gibt drei Aspekte in diesen Sagen. Der gefährliche, rechende Geist, den man besser nicht ärgern und provozieren sollte. Zum Beispiel in dieser Mossautaler Sage gehen abends drei Burschen von der Vorsitz nach Hause und sind vielleicht schon ein bisschen angeheitert. Und sie sehen die weiße Frau, die durch die Wiesen spazieren geht. Und der Keckste von denen will sie dann eben ansprechen. Sie kommt dann auch zu ihm und er sagt dann, alle guten Geister loben den Herrn, weil er denkt, sie hat irgendwie Angst vor Gott. Aber sie sagt dann, ich auch. Und damit hat er eben nicht gerechnet und weiß nicht, was er weiter sagen soll, was dann dazu führt, dass sie ihn zu Tode schleift. Und er dann besser sie in Ruhe gelassen hätte, denn von sich aus hätte sie ihm wohl nichts getan, aber man soll sich wohl nicht mit ihnen verscherzen. Dann gibt es eben den Geist, der einen Schatz hütet. Und wenn ein Mensch diesen Schatz gewinnt, dadurch erlöst wird. Aber das klappt so gut wie nie. Da gibt es auch nur eine einzige Sage, die ich kenne, wo das mal gut ausgeht. Und der Geist wird erlöst. Ja, zu den Schatzhüterinnen kommen wir aber gleich nochmal. Bleiben wir noch einen ganz kleinen Moment bei der Kunigunde als Urmutter der weißen Frauen. Weil es ist ja jetzt auch schon angesprochen worden, dass die weißen Frauen ganz stark an Orte gebunden sind. Also Schlösser oder Burgen dabei immer eine große Rolle spielen. Aber unsere Schlingenwaldhexe aus der Sage, bei der es ja ganz, ganz klare Parallelen zur Kunigunde gibt, die tritt ja im Wald auf. Irgendwann hatten ja dann ganz, ganz viele verschiedene Herrschaftshäuser auch ihre eigenen weißen Frauen. Kann es sein, dass da irgendwie so eine Art Trend losgegangen ist? So nach dem Motto, die Hohenzollern haben es jetzt vorgemacht. Ich meine, Frau Lohs, Sie sind ja in Eberbach auch auf das Weiße Burgfräulein gestoßen. Und die Burg hatte ja mit den Hohenzollern mal gar nichts zu tun, oder? Nee, die Eberbacher Burg, die wurde um 1190 gebaut von dem, ich glaube, die Bischöfe von Worms, die wollten damit ihren Besitz sichern. Und da geht eine weiße Frau mit Schlüsselbund um. Die soll den Schatz hüten, der Burg. Warum denn mit Schlüsselbund? Der Schlüsselbund war das Zeichen der Burgherrin. Sie hatte an ihrem Gürtel immer sämtliche Schlüssel für alle Kisten und Kasten und Türen. Das war das Zeichen eben ihres Status, dass sie die Herrin des Haushaltes war. Und vielleicht soll das dann einfach zeigen, dass dieses weiße Fräulein dann auch die Herrin der Burg war. Ist bekannt, wer sie gewesen sein soll? Der Sage nach ist sie eine Nachfahrin der einstigen Burgherrin. Jetzt weiß man aber nicht genau, von welchen. Von den Bischöfen, von den Staufern, denen die Burg auch mal gehörte. Oder der Letzte, dem die Burg gehörte, war der Hans von Hirschhorn im 14. Jahrhundert. Man weiß es nicht. Und wie tritt sie in Erscheinung? Es gibt die Sage, dass sie vor langer Zeit den Weg eines Eberbacher Jägers gekreuzt haben soll, der bei der Jagd nahe der Burg versehentlich angeschossen wurde. Also dieser Jäger war jetzt nicht auf Schatzsuche, der war einfach Jagen. Als er stöhnen vor Schmerzen da lag, erschien plötzlich das weiße Burgfräulein mit dem Schlüsselbund am Gürtel. Die junge Frau versorgte seine Wunde und half ihm aufzustehen, sodass er auf dem Waldpfad hinunter nach Eberbach humpeln konnte, wo ihn seine Familie gesund pflegte. Als er wieder genesen war, kehrte er mehrmals zur Burgruine zurück, um sich bei dem weißen Fräulein zu bedanken. Sie ist ihm jedoch nie wieder erschienen. Aber das weiße Burgfräulein ist ja nicht nur dem Jäger erschienen, oder? Es gibt Legenden, dass nach einem Schatz gesucht wurde auf der Burg. Ein Handwerker, der da den verborgenen Schatz in der Burgruine vermutete, hat ebenfalls Bekanntschaft mit der weißen Frau mit dem Schlüsselbund gemacht. Als er eines Nachts mit einer Schaufel zur Burg hinaufstieg und anfing, nach dem vermeintlichen Schatz zu graben, flog wie aus dem Nichts ein leuchtend weißer Nebel auf ihn zu. In dem leuchtenden Weiß glaubte er, das Burgfräulein zu erkennen. Verschreckt lief er seine Schaufel fallen und rannte, wie von der Tarantel gestochen, den Berg hinunter nach Eberbach. Kinder, die nach Einbruch der Dunkelheit auf der Burgruine spielten, soll das Burgfräulein in der Vergangenheit immer wieder so erschreckt haben, dass sie flugs nach Hause liefen. Gibt es denn irgendeinen Hinweis, dass es auf der Burg Eberbach wirklich mal einen Schatz gegeben haben soll? Man fand bei Ausgraben 1912 in der Vorderburg tatsächlich einen kleinen Schatz, allerdings kein Gold und Silber, sondern einen Bronzekessel, in dem sich ein Leuchter, eine Waage und ein Habpfeil befanden. In der Mittelburg fand man einen romantischen Leuchterfuß mit Rachenornamenten, Waffen und Gebrauchsgegenstände aus Eisen und Bronze. Vielleicht waren diese Gegenstände im kollektiven Gedächtnis und die Einwohner erinnerten sich daran, dass irgendwo ein Schatz begraben war, wussten aber nicht, um was es sich dabei handelt. Gut, das muss man an dem Punkt ja auch ein bisschen relativieren. Es sind zwar alles Alltagsgegenstände, mit denen wir es da zu tun haben, aber wir hatten es damals ja auch nicht wie heute mit einer Wegwerfgesellschaft zu tun. Das waren ja alles durchaus wertvolle Sachen, der Neuanfertigung auch wirklich teuer war. Und vielleicht hat man sich ja auch einfach gemerkt, da ist was in den Boden gekommen und der eine oder andere hat eventuell sogar danach gesucht. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass man gerade an diesem weißen Burgfräulein durchaus die Amivalenz der weißen Frauen sehen kann. Denn auf der einen Seite treten sie als helfender Geist, als gutmütiger Geist auf und auf der anderen Seite, wenn man jetzt aus nicht so ganz lauteren Gründen daherkommt, dann erschrecken oder vertreiben sie den Eindringling, sage ich jetzt mal auch. Aber so eine Art Schatzhüterin haben wir ja auch noch woanders, und zwar in Waldwimmersbach im unteren Wiesental bei der sogenannten unteren Mühle. Da gibt es auch noch eine Sage um eine weiße Frau, die einen Schatz bewachen soll. Und zwar soll das eine Kammerfrau gewesen sein, die in kriegerischen Zeiten für ihre Gutsherren deren Vermögen verstecken sollte, während die sich vor dem Krieg geflüchtet haben. Das Problem dabei war nur, dass die Kammerfrau nicht so wirklich lange lebte und vor ihrem Tod auch niemandem mehr sagen konnte, wo sie den Schatz denn jetzt versteckt hatte. Also sie starb, ohne dass jemand wusste, wo der Schatz vergraben lag. Und als dann ihre Gutsherren zurückkamen und vollkommen verarmt vor ihrem Grund und Boden standen, haben sie die Kammerfrau verflucht. Bis heute soll die Kammerfrau an der unteren Mühle umgehen und man könnte sie sogar erlösen, denn diese Frau niest dann dreimal. Und wenn sie niest, dann muss derjenige, der sie erlösen möchte, jedes Mal sagen, ja, helft dir Gott. Ja, und so kann er dann den Schatz heben bzw. den Geist erlösen. Der Haken bei der ganzen Sache ist allerdings, wenn man ihr zum dritten Mal helft dir Gott wünscht, dann kriegt man zwar den Schatz, erlebt aber im schlechtesten Fall den nächsten Tag nicht mehr. In dem Fall sind wir ja jetzt nicht mehr auf einer Burg. Wir haben es zwar noch mit einem reicheren Bereich der Gesellschaft zu tun, weil von den Gutsherren ja die Rede ist. Allerdings merkt man daran, finde ich jetzt persönlich, dass die Motive zwar ähnlich bleiben, wir uns aber immer weiter von der Aristokratie wegbewegen und immer mehr hin zum gemeinen Volk. Und das ist, glaube ich, das, was wir bei der weißen Frau ganz häufig finden, dass es so eine Entwicklung nimmt von der Aristokratie bis hin in die breite Bevölkerung, oder? Ich wechsle jetzt von Deutschland nach Lateinamerika. Da gibt es die berühmte La Lorena. Die ist in ganz Lateinamerika bekannt, am berühmtesten aber in Mexiko. Das war eine junge Frau, die kam aus armem Hause und sie wollte, ihr Traum war es, sich reich zu verheiraten. Dann hat sie einen reichen Edelmann geheiratet und wollte viele Kinder. Und sie hat halt ein Kind nach dem anderen gekriegt. Und dem Mann war das dann zu viel. Er wollte eine Frau, die keine Kinder hat. Und er hat sie immer wieder betrogen. Und als sie das rausgefunden hat, hat sie ihre Kinder getötet, weil sie dachte, wenn die Kinder tot sind, dann kommt mein Mann zu mir zurück. Sie hat sich dann selber ertränkt, hat versucht, sich zu ertränken, hat überlebt und war dann auf der Suche nach ihren Kindern. Eine Legende besagt, sie kam ans Himmelstor. Gott sagte aber, du bekommst erst Einlass, wenn du deine Kinder wieder findest. Und so findet man sie jede Nacht in Mexiko an Flüssen auf der Suche nach ihren Kindern. Wenn ihr ein junger Mann begegnet und sie fragt ihn, wo sind meine Kinder? Und er sagt, am Fluss lässt sie ihn gehen. Wenn er aber sagt, das weiß ich nicht, ertränkt sie ihn. Und so sagt man zu seinen Kindern in Mexiko abends, wenn sie am Fluss spielen, spiel nicht am Fluss, La Lorena kommt und hol dich. Das ist so ungefähr wie bei uns in Heidelberg im Odenwelterraum der Nachtkrab kommt. Das heißt jetzt, wir haben also nicht nur eine Entwicklung weg von der Aristokratie hin zur Breitbevölkerung, sondern die weiße Frau hat sich wirklich weltweit verbreitet. Kann man sagen, dass sie ihren Ursprung, um noch mal ganz kurz zur Cunigunde zurückzukommen, wirklich bei uns in Deutschland hat oder tritt sie irgendwo anders auf der Welt auch noch gehäuft auf? Nee, also in Lateinamerika ja seit um 1550. Ich denke, die ganzen Auswanderer haben die irgendwo, sie trat ja auch in Spanien auf, haben die mitgenommen, weil sie tauchte jetzt in den spanischen Besiedlungen erstmals auf, in Lateinamerika, also nicht bei der Urbevölkerung. Und auch in den USA gibt es vermehrt weiße Frauen. Und zwar sind es in Virginia vor allem, da gibt es eine berühmte White Lady, die wartet vor ihrem Haus darauf, dass ihr Mann aus dem Bürgerkrieg zurückkommt. Dann kommen wir jetzt aber noch mal von Lateinamerika zurück in unseren sagenhaften Odenwald. Wir haben hier ja wirklich unzählige Sagen über weiße Frauen. Und wir hatten es vorhin ja schon von der Schatzsuche, die in aller Regel für die meisten nicht ganz so gut ausgeht. Aber Larissa, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die Schatzsuche einmal doch wirklich gut ausgegangen ist. Das war ja jetzt aber niemand, der aus Habgehe gehandelt hat oder irgendwie persönliche Ambitionen verfolgt hat, oder? Nein, und tatsächlich in der Sage erscheint die weiße Frau erst auch gar nicht. Das ist ein Gutsherr, der hat ständig neue Dienstmädchen, weil keine es lange aushält, also kaum länger als zwei Nächte. Dann kommt ein neues Mädchen, das sogar einen Namen hat, die an. Und als sie ihm das erste Frühstück serviert, fragt er, wie sie geschlafen hätte. Und sie sagt gut, was ihn wundert. In der zweiten Nacht fragt er morgens dann wieder, und wie hast du geschlafen? Gut, aber in der dritten Nacht ist ihr ein blaues Licht erschienen, das um ihr Bett gehüpft ist und immer Geh an, Geh an gesagt hat. Und dieses erscheint ihr jetzt jede Nacht, und durch die Hilfe des Pfarrers erfährt sie, wie sie sich verhalten soll. Sie soll nämlich immer dem Geist folgen, ihn aber vorangehen lassen und nichts anrühren. Der Geist sollte alles selber tun. Und das Licht kommt wieder, und sie zieht sich an und sagt dem Licht, geh voraus. Und es geht voraus. Dann hätte sie fast die Türklinke berührt, aber sie merkt es rechtzeitig, sagt, mach du selber auf. Und da verwandelt sich das blaue Licht in eine weiße Frau, öffnet die Tür. Und mehrere Male versucht die weiße Frau ihr Fallen zu stellen, und jedes Mal merkt die Anne es gerade noch rechtzeitig. Sie sind dann im Garten, da soll sie ein Loch graben, aber der Geist gräbt dann selber. Dann ist da ein Kessel voller Schätze, den soll sie rausnehmen, aber sie sagt, der Geist muss es selber tun. Und je mehr Aufgaben sie besteht, umso fröhlicher wird der Geist. Und der Geist nimmt dann den Schatzkessel und geht mit ihr wieder in ihr Zimmer, stellt den hin und wird ganz erwartungsvoll. Und wird dann immer unglücklicher und fleht und tut und tanzt um sie rum. Und sie weiß nicht, welche Aufgabe sie noch tun soll, weil der Pfarrer nichts gesagt hat. Und da gibt ihr irgendwie Gott ein, zu sagen, du hast mir geholfen, jetzt helfe dir Gott ins Himmelreich. Und dann löst sich der Geist glücklich auf und ist dann scheinbar erlöst. Und sie hat die Schätze. So wie ich das jetzt verstehe, heißt es aber, dass die weiße Frau tatsächlich auch selbst etwas zu ihrer Erlösung beitragen muss, oder? In dieser Geschichte schon. Wenn ich mir jetzt die anderen Geschichten anschaue, wenn jemand anderes die ganze Zeit nur aktiv handelt, dann bezahlt hat er das ja mit seinem Leben, also siehe Waldwimmersbach. Und dieses eine Mädchen, bei dem die Schatzsuche jetzt gut ausgegangen ist, die hat ja komplett uneigennützig gehandelt und sich dann auch an die Anweisungen des Pfarrers gehalten. Also letztendlich sind wir wieder bei dem Punkt, dass die weiße Frau sich so verhält, wie man ihr gegenüber begegnet. Sprich, wenn man respektvoll ist, dann bekommt man auch etwas Gutes vor ihr. Oder sie hilft einem, wie bei dem Jäger zum Beispiel, bei einer Verwundung oder sie führt einem zu dem Schatz. Und wenn man aus eigennützigen Motiven handelt, dann kann das ganz leicht nach hinten losgehen. Was ich aber bei der weißen Frau auch noch ganz faszinierend finde, Ich habe das Gefühl, sie bewegt sich eben nicht nur durch alle Gesellschaftsschichten oder Länder, sondern auch ein bisschen durch die Zeit. Also, dass sich die Geschichten um weiße Frauen auch immer wieder so ein bisschen dem Zeitgeist anpassen, mit der Gesellschaft gehen, mit der Entwicklung gehen. Es gibt ja nicht nur die alten Sagen und Legenden, sondern inzwischen sind ja auch wirklich die Urban Legends, also urbane Legenden, dazugekommen. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass es auch Erscheinungen von weißen Frauen gibt, die als Anhalterinnen fahren. Frau Los, können Sie uns dazu mehr erzählen? Also da gibt es diese ganz berühmte Anhalterin im Ebersberger Forst. Der Legende nach soll irgendwann in den 40er Jahren auf der Staatsstraße 280 an der Hubertuskapelle im Ebersberger Forst bei einem Unfall eine 17-Jährige ums Leben gekommen sein. In manchen Berichten war sie als Anhalterin unterwegs nachts und wurde dabei angefahren und sterbend liegen gelassen. Und seither soll sie auf der Suche nach dem Schuldigen wieder als Anhalterin am Straßenrand stehen. Und was macht man dann? Wer sie einsteigen lässt, dem geschieht kein Leid. Wer sie aber stehen lässt, wer weiterfährt, bei dem taucht sie plötzlich auf der Rückbank auf, erscheint im Rückspiegel, versucht dem Fahrer ins Lenkrad zu greifen. Der erschrickt dann und hat einen tödlichen Unfall. Es gibt allerdings keine Aufzeichnungen über einen Unfall in den 40er Jahren. Man weiß nicht, woher diese Legende kommt. Aber eine Tatsache ist, dass bis Mitte der 80er Jahre immer wieder Unfälle passierten an der Hubertuskapelle. Dann wurde der Straßenverlauf verlegt. Und seitdem verringern sich die Unfälle, finden aber immer noch Unfälle statt. Und ist das Ganze ein Einzelfall oder trampen noch mehr weiße Frauen durch die Gegend? Eine ähnliche Anhalterin gibt es im Blechentunnel auf der A2 bei Basel. Da soll auch immer wieder eine Anhalterin auftauchen. Die meisten Geschichten gibt es da aus den 80er Jahren. Und auch in England und USA spricht man von der White Lady allerdings als Vanishing Hitchhiker. Die Anhalterin, die wieder verschwindet. Ja, aber auch da zeigt sich ja ganz klar, dass es eben darauf ankommt, wie man ihr begegnet. Sie ist ja nicht grundsätzlich böse, aber eben auch nicht grundsätzlich gut. Eigentlich ist sie ein relativ neutraler Geist, so wie ich das sehe, der eben eine Aufgabe noch nicht erfüllt hat und somit höchstwahrscheinlich noch an unsere Welt gebunden ist, bis diese Aufgabe dann auch endlich erfüllt ist. Genau, bis sie ihren Mörder, also derjenige, der den Unfall verursacht, findet. Fassen wir mal kurz zusammen. Wenn man einer weißen Frau plötzlich begegnet, wo auch immer, auf einer Burg oder sie möchte gerne bei einem ins Auto einsteigen, welche Tipps könnte man den Leuten geben? Wie sollte man sich dann verhalten? Ja, nicht aufdringlich sein, den Geist nicht provozieren, sondern abwarten, ob der Geist irgendwelche Wünsche und Bitten an einen hat. Dann hoffen wir doch mal bei den ganzen weißen Frauen, die wir hier in der Umgebung haben, dass die eine oder andere vielleicht doch noch ihre Erlösung findet. Und schon sind wieder fünf Folgen vorbei. Die dritte Staffel des Podcasts Sagenhafter Odenwald ist an ihrem Ende angekommen und ich hoffe, dass Sie genauso viel Spaß daran hatten wie wir. Und wenn Sie vor Ihrer Haustür auch eine Legende oder eine Sage kennen, dann lassen Sie uns das doch einfach wissen und schicken uns eine kurze E-Mail an online-at-rnz.de. Wer weiß, vielleicht taucht dann auch Ihr Ort in der nächsten Staffel bei uns schon wieder auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017